Im Rahmen der Binomialverteilung werden wir uns in diesem Tutorial den rechtseitigen Hypothesentest anschauen. In den letzten Jahren haben sich immer wieder Kleinigkeiten beim Verlauf sowie Darstellung des Tests verändert, deshalb kriegt ihr hier eine aktuelle Fassung. Alternativlösungswege findet ihr dann, wenn Bedarf, am Ende im Abspann. Für den Anfang ein paar kurze Beispiele für einseitige Hypothesentests. Kurz gesagt, was können wir denn alle so testen? Naja, wir können den Anteil der Wähler für einen bestimmten Parteienrahmen eine Umfrage testen oder der Anteil roter Gummibärchen eine Tüte bzw. ob ein Würfel gezinkt ist oder nicht oder die Zulassung von Medikamenten in der Pharmaindustrie. Bleiben wir jetzt doch gedanklich bei dem angenehmeren Beispiel, d.h. die Anzahl der roten Gummibärchen eine Tüte und in diesem Zusammenhang wollen wir uns erstmal klar machen, welche Parameter oder Größen für einen Hypothesentest überhaupt von Bedeutung sind. Als erstes wäre da der Stichprobenumfang, abgekürzt mit klein n. In diesem Zusammenhang würde das bedeuten, wie viele Gummibärchen befinden sich insgesamt in dieser Tüte. Als nächstes die Anfangswahrscheinlichkeit P0. Das ist zum Beispiel die Angabe des Herstellers zu dem Anteil der roten Gummibärchen der Tüte. Dann das Signifikanzniveau oder die sogenannte maximale Irrtungswahrscheinlichkeit, abgekürzt mit Alpha. Was genau dieser Signifikanzniveau aussagt, werden wir dann anhand unserer Beispielaufgabe sehen. Und natürlich müssen wir auch noch die Zufahrsvariable x richtig erkennen und definieren. Das bedeutet, x ist immer die Anzahl der Treffer. In diesem Zusammenhang wäre das die Anzahl der roten Gummibärchen. Und x ist im Extremfall binomial verteilt mit n und p. Auf diese besondere Formulierung gehe ich dann später noch ein bisschen genauer ein. Als nächstes ist es natürlich wichtig, die Nullhypothese H0 zu erkennen und richtig zu interpretieren. Und das kann man machen mit Hilfe der Anfangswahrscheinlichkeit P0. Beispielweise kann das Ganze so aussehen, H0 Doppelpunkt, P gleich P0. Aber es muss an dieser Stelle nicht unbedingt immer ein Gleichzeichen sein. Es kann auch mal höchstens oder mindestens sein. Oder eventuell kann die Nullhypothese schon vorgegeben sein. Und natürlich kann man dann mit Hilfe der H0 Hypothese auch die Alternativhypothese oder Gegenhypothese H1 aufstellen. Und hier kann sich die Sache allerdings ein bisschen verkomplizieren. Wir erinnern uns, es gibt zwei Arten von einseitigen Hypothesentests. Einmal den linkseitigen und einmal den rechtseitigen Test. Und genau diese Entscheidung musst ihr bei den meisten Hypothesentests selbst treffen. Damit ist gemeint, in Bezug auf die Nullhypothese, hier mit P gleich P0 kann man zwei Alternativbehauptungen aufstellen. Einmal kann man behaupten, dass P kleiner ist als P0 oder alternativ, dass P größer ist als P0. Im ersten Fall, wenn P kleiner sein sollte als P0, handelt es sich um einen linkseitigen Hypothesentest. Im zweiten Fall, wenn P größer wäre als P0, handelt es sich um einen rechtseitigen Test. Wir werden uns hier natürlich nur mit dem rechtseitigen Test beschäftigen. Ein Tutorial für den linkseitigen Test findet ihr, wenn Bedarf, am Ende im Abspann. Und natürlich schauen wir uns jetzt zu besserem Verständnis eine Beispielaufgabe an. Also, ein Hersteller von Gummibärchen behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet 28 rote. Er behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen höher ist als 20%. Formuliere die Entscheidungsregel für die Nullhypothese und prüfe, ob Max recht hat, wenn das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. Ich möchte euch bitten, an dieser Stelle auf Bausätze zu drücken, natürlich in aller Ruhe die Aufgabenstellung durchzulesen und die wichtigsten Sachen rauszufiltern. Wir werden uns natürlich bei der Lösung dieser Aufgabe an die Schritte halten, die wir vorher bereits erwähnt haben. Das heißt, als erstes wollen wir herausfinden, was N, P0 und Alpha sind. Dafür überfliegen wir nochmal kurz die Aufgabenstellung. Also, der Hersteller behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Max macht eine Tüte mit 100 Gummibärchen auf und findet 28 rote. Keine Sorge, die 28 ist früher oder später auch noch von Bedeutung. Er behauptet, dass der Anteil der Gummibärchen höher ist als 20% und am Ende finden wir noch die Tatsache, dass das Signifikanzniveau höchstens 5% betragen soll. Also, dann können wir mit gutem Gewissen sagen, N ist 100, die Gesamtanzahl der Gummibärchen in der Tüte. P0 ist natürlich die Aussage des Herstellers, 20% davon sind rot und unser Signifikanzniveau Alpha beträgt 5% beziehungsweise 0,05. In Schritt Nummer 2 müssen wir natürlich die Zufallsvariable X definieren. Also, die Anzahl der Treffer ist in diesem Fall die Anzahl der roten Gummibärchen. Außerdem ist X im Extremfall binomial verteilt mit N gleich 100 und P gleich 0,2. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, man kann die Zufallsvariable X auch anders deklarieren, anhand verschiedener Lehrbücher. Allerdings habe ich mich hier an dieser Stelle für die Standarddeklaration aus der Musterlösung einer Abiturprüfung entschieden. Die sollte es auf diese Weise auf jeden Fall tun. Schritt Nummer 3 wäre dann die Nullhypothese beziehungsweise alternative Hypothese festzulegen. Die Nullhypothese ist in der Aufgabenstellung relativ einfach zu erkennen. In der ersten Zeile steht, ein Hersteller behauptet, dass 20% der Gummibärchen in der Tüte rot sind. Das bedeutet, H0 ist dann P gleich 0,2. Für die alternative Hypothese müssen wir ein bisschen weiterlesen. Und zwar in der dritten Zeile steht, dass Marx behauptet, dass der Anteil der roten Gummibärchen höher ist als 20%. Dieser Schlüsselwort höher sagt uns eigentlich, was Sache ist. Das bedeutet, bei H1 muss P größer als 20% sein. Und das ist natürlich für uns der Hinweis für ein rechtseitiger Test. Im nächsten Schritt sollen wir für die Nullhypothese den sogenannten Ablehnungs- beziehungsweise Annahmenbereich bestimmen. Kurze Erklärung, was damit gemeint ist. Und zwar zur Erinnerung, der Umriss einer Binomialverteilung sieht aus wie eine Gausche Glockenkurve und wir haben in diesem Fall eine Binomialverteilung von 0 bis 100. Zur Orientierung an dieser Glockenkurve dient natürlich der Erwartungswert, das ist die Trefferzahl mit der höchsten Wahrscheinlichkeit. Bei einem rechtseitigen Test befindet sich jetzt immer rechts vor diesem Erwartungswert eine Grenze, die die gesamte Binomialverteilung in zwei Bereiche aufteilt. So dass auf der rechten Seite der Ablehnungsbereich von H0 ist und natürlich auf der linken Seite dann der Annahmebereich. Übrigens mal so am Rande, beim rechtsseitigen Test ist immer der Ablehnungsbereich auf der rechten Seite und der Annahmebereich auf der linken Seite. So, anhand unserer kleinen Skizze können wir dann auch diese Bereiche verallgemeinern. Also wir können sagen dann, dass der Ablehnungsbereich von G bis 100 geht, also von dieser Grenze bis 100 und entsprechen der Annahmebereich dann von 0 bis G minus 1. Wieso G minus 1, damit sich die zwei Bereiche nicht überschneiden, sonst gibt es Probleme mit der Entscheidungsregel. Und natürlich, um diese zwei Bereiche festzulegen, müssen wir zuerst G bestimmen. Und dafür brauchen wir einen Ansatz. Schauen wir uns nochmal kurz unsere kleine Skizze an. Die einzige Größe aus der Aufgabenstellung, die wir bis jetzt noch nicht gebraucht haben, ist das sogenannte Signifikanzniveau. Und zur Erinnerung, das lag bei 5%. Per Definition ist dieser Signifikanzniveau immer die Wahrscheinlichkeit für den Ablehnungsbereich. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit für diesen Bereich kann maximal 5% sein. Und dafür können wir auch einen Ansatz bilden. Das heißt, P von X größer gleich G, also das ist dieser Bereich von G bis 100, darf höchstens, also kleiner gleich 0,05. Und mit diesem Ansatz können wir jetzt einen passenden Wert für G bestimmen. Allerdings gibt es ein kleines Problem für den Taschenrechner, er kennt dieses mindestens Zeichen nicht. Deshalb müssen wir es praktisch so umformen, dass wir am Ende höchstens auf der linken Seite haben. Das heißt, wie üblich, über das Gegenereignis kann man das Ganze dann umformen. Dann haben wir 1 minus P von X kleiner gleich G minus 1. Und das Ganze ist kleiner gleich 0,05. Entsprechend schieben wir ein bisschen die Zahlen rum. Also die 1 könnten wir jetzt beispielsweise auf der rechten Seite bringen mit minus 1. Dann haben wir vorerst auf der linken Seite minus P von X kleiner gleich G minus 1 ist kleiner gleich minus 0,95. Und dann nehmen wir die ganze Ungleichung mal minus 1, sodass natürlich dieses Minusvorzeichen vor dem P verschwindet. Entsprechend haben wir dann P von X kleiner gleich gleich G minus 1. Und jetzt aufpassen, wenn man eine Ungleichung mit einer negative Zahl multipliziert oder teilt, dreht sich dieser Ungleichzeichen um. Also statt kleiner gleich haben wir jetzt größer gleich oder mindestens 0,95. Gut, und jetzt sind wir so weit, dass wir praktisch diesen Ansatz mit dem Taschenrechner auswerten. Und nicht vergessen, die üblichen Befehle den Taschenrechner lauten dafür entweder Binomial CD oder CDF, beziehungsweise bei den neueren Casio Taschenrechner heißt das kumulierte Binomialverteilung. Dort in Untermenü Liste kann man natürlich Werte angeben und die passende Zahl für G bestimmen. Um die Suche nach unserer Grenze ein bisschen einzuschränken, orientiert man sich am Schaubild an diesen Erwartungswert. Also da können wir ganz gut erkennen, dass die Grenze G rechts vorm Erwartungswert steht. Das bedeutet, wir könnten zuerst mit µ ist gleich n mal p unser Erwartungswert ausrechnen. Das wäre in unserem Fall einfach mal 100 mal 0,2. Sind natürlich 20. Und dann wissen wir dann, dass die Grenze G rechts vor der 20 steht. Also ich benutze jetzt diese vorgefertigte Tabelle. Wir anhand unserer Lösungsansatzes suchen wir zuerst natürlich G minus 1. Und die Wahrscheinlichkeit in diesem Fall muss dann entsprechend mindestens 95% sein oder 0,95. Also jetzt habe ich in dieser Liste, in den Taschenrechner, Werte zwischen 20 und 30 eingetippt. Und dann wurde ich einmal bei 26 und dann bei 27 fündig. Bei 26 hatte ich eine Wahrscheinlichkeit von 0,9441 und bei 27 sind es 0,9658. Also nach unserem Ansatz oben muss die Wahrscheinlichkeit mindestens 95% sein. Also ist 27 für uns die richtige Zahl. Also da sind wir zum ersten Mal über 95%. Das heißt, wieder übersetzt, dieses G minus 1 ist 27 und dann können wir natürlich auch G bestimmen. Also wir bringen die 1 rüber und damit haben wir auch einen Wert für unsere Grenze. Der liegt dann bei 28. Und wenn wir jetzt diese Grenze nehmen und oben in unser Ablehnungs- und Annahmebereich einsetzen, dann haben wir damit auch die zwei Bereiche festgelegt. Also der Ablehnungsbereich geht ja entsprechend von 28 bis 100 und der Annahmebereich von 0 bis 27. In unserem letzten Schritt müssen wir natürlich die Entscheidungsregel formulieren beziehungsweise einen Antwortsatz geben. Eine mögliche Entscheidungsregel könnte lauten, wenn sich mindestens 28 rote Gummibärchen der Tüte befinden, so wird die Nullhypothese abgelehnt, ansonsten kann sie nicht abgelehnt werden. Und für die Frage in der Aufgabenstellung bedeutet das, die Frage war, ob Max recht hat oder nicht, er hat ja zur Erinnerung genau 28 rote Gummibärchen der Tüte gefunden. Die 28 liegt natürlich im Ablehnungsbereich der Nullhypothese. Das bedeutet, Max hatte in diesem Fall tatsächlich recht. Es sind mehr rote Gummibärchen der Tüte als vom Hersteller angegeben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. In diesem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, dass ihr auch noch den linkseitigen beziehungsweise zweiseitigen Hypothesentest kennt. Außerdem spielt bei dieser Art von Aufgaben auch noch die Fehlerbetrachtung eine wichtige Rolle. Damit meine ich den Fehler erster und zweiter Art. Wenn bedarf Tutorials zu dieser Themen, sowie auch weitere Beispielaufgaben in Bezug auf Hypothesentests, findet ihr gleich am Ende im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kosten nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,